Hey Lena, das Tokio Hotel Konzert gestern war absolut Bombe. Bild ist abgegangen wie eine Rakete. Und die Mädels haben alle übelst in Terror geschoben. Hallo? Polizei! Sie sind verhaftet! Danke Merkel. So viele Rechnungen. Und was haben wir hier? Auch noch eine Mieterhöhung. Ich bring mich um. Großmutter! Warum? Danke Merkel. Danke Merkel. Nur weil ich gegen Ausländer bin, bin ich ja noch lange kein Nazi. Sie sind hier übrigens auch Ausländer. Sie sind auf meinem Staatsgebiet. So, verschwinden Sie von meinem Staatsgebiet! Da, ein Chemtrail! Oh Gott! Danke Merkel! Und solange die Christliche Union hier regiert, wird es solche Unzucht wie die Homo-Ehe in Deutschland nicht geben. Danke Merkel! Danke Merkel! Danke Merkel! Das Merkel muss weg! Wählen Sie die Partei! Sie ist sehr gut! Das Merkel ist unter anderem! Das ist ein W報導! Das ist eine Wärme! Das ist ein Wärme! Das ist ein Wärme!